Wir sind bereit, in die Weltraumphase einzutreten in 3, 2, 1. Deine Entscheidungen im Laufe der Evolution haben die Identität deiner Rasse geprägt und letztlich deinen Aufbruch in den Weltraum ermöglicht. Deine Wesenszüge wirken sich nicht nur auf deine Fähigkeiten aus, sondern haben dir einzigartige Werkzeuge beschert. Wir sind ein wirtschaftlicher und ein militärischer Eroberer und haben den Krieg beendet. Wir sind ein wirtschaftlicher Eroberer und haben den Krieg beendet. Wir sind ein wirtschaftlicher Eroberer und haben den Krieg beendet. Und wir bauen unser Raumschiff. Ich freue mich, ich freue mich unglaublich. Wie soll es aussehen? Ja, das sieht gut aus. Ganz schön groß. Schiff-Elemente, Weltraum-Elemente. Wir haben natürlich... Nein, nein, keinen Warp-Andre. Wir fliegen mit einer Fusions-Spiele. Wenn sie will. Wir fliegen mit Fusions-Energie. Wir haben auch Stör-Sender. Weil, wie das Leben so, das Spiel des Lebens nun mal so ist. Auch im Weltraum geht es nicht freundlich zu. Und wir sind nicht alleine im Weltraum. Ebenfalls glaube ich das nicht. Jetzt haben wir noch Landekissen. Wir können jetzt alle möglichen Elemente einführen. Gestor-Strahl, Kometen-Zerstörer, Mr. Meteor. Natürlich haben wir auch Waffen. Effekte brauchen wir keine. Irgendwelche Details. Ne, pass mal so. Hallo, Joshua and Joseph-Fan, 2017. Ach, hallo. Hallo, grüß dich. Ach, das sieht gut aus. Abraumschiff ist ziemlich orange. So, und unser Raumschiff heißt? Supernova, Quantum, Omega. Weltraumphase. Weltraumphase. Lokaler Subraum wird gedehnt. Und kleine lustige Info auch in der Weltraumphase gibt es. Und abflug, du hast erfolgreich ein Schiff in den Weltraum für dich. Und über den Weltraumflug entwickelt. Der Himmelwind. Der Kosmos wartet. Das Universum ist dir untertan. Vorausgesetzt, du lernst, wie man dieses Ding fliegt. Willkommen zum Höhepunkt der Existenz. Unendliche Weiden. Der wildeste Westen. Wilde Westen von allem. Der Weltraum. Du kontrollierst das Schiff und bringst deine Rasse damit zu einer von einer planetgebundenen Zivilisation, sogar zum gewaltigen galaktischen Reich. Mal sehen, wie du vorankommst. Und diese Leiste, hier unten, die kennen wir ja schon, die zeigt den Fortschritt. Die Missionszentrale auf der Planetenografie, du musst dich dringend sprechen. Beschäftigen wir uns also mit der Kommunikation. Das ist auf dieser Seite. Der Videokommunikator ist dein Kontakt zum dörtlichen Planetenbewohnern. Du musst in der Umlaufbahn sein, um die Verbindung zu aktivieren. Kennen wir ja. Standardorbit. Erobere in der Zivilisationsphase alle anderen Stimmen. Was war das jetzt gerade für komische Meldungen? Gut, Kadett. Ist das nicht ein Schmuckerflitzer? Wir schrauben zwar immer noch neue Teile an dein Schiff, aber es ist für die Reisenden alles schon so gut wie einsatzfähig. Bist du schon mal mit einem Raumschiff geflogen, nicht? Hm, naja, es geht doch nichts über einen Testflug, wenn die gesamte Bevölkerung der Barbianer vom Planeten Barb zusieht. Okay. Ich bin dabei. Jede Stadt auf dem Planeten Barb hat eine riesige Kugel gegen Himmel geschossen, um unser erstes Raumschiff gebührend zu feiern. Wirklich. Du kannst es nicht übersehen. Fliege mit deinem Schiff einmal um den Planeten herum zu 7 unserer Städte. Fliege durch die Kugel, um sie zu zerstören. Ah, okay. Das kenne ich schon. Das kenne ich schon. Das kenne ich schon. Dann rolle mal deine unmittelbaren Missionsziele. Findest du hier ein Mini. Also das sind die Missionsziele. Du kannst jederzeit wieder Taste L öffnen. So. Na. 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 Moment. So. Jetzt. Ich hab mich noch ein bisschen auf meinem Platz bequem gemacht. Das... Moment. Moment. Das sieht man mich ja kaum. So. Jetzt. Also. Mit der rechten Maustaste, obwohl ich kein erstes Raumschiff schreibe. Steuern. Plus und Minus. Die Flughöhe. Aber hier ein paar. Und jetzt ist schon die erste Kugel. Ha. Jetzt sind wir zu weit. Nein. 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 Die Frisur von Phipps Asmusel. Seht euch das mal an. Was für eine Aussicht über unseren wunderbaren Planeten. Ich glaube wir haben es. Gut gemacht Kadett. So wie du fliegst, bist du im Tankumdrehen, Captain. Was soll ich als nächstes tun? Da du jetzt ein Fliegerast bist, kannst du endlich die großartigen Flugwerkzeuge einsetzen, die wir in deinem Raumschiff gefunden haben. Wir haben schon länger daran gearbeitet, die Pflanzen und Tiere scannen zu können, die auf dem Planeten, die du auf deinen Reisen entdeckst. Es sieht aus, als wäre das Werkzeug genau zur rechten Zeit fertig geworden. Der Sporpedie-Eintrag eines unserer eigenen Tiere hatte kürzlich genau zu dem Zeitpunkt einen Fehler, als das Tier eigentümliches Symptom aufzuweisen begann. Du musst das Tier scannen, damit wir mehr Informationen über diese Spezies erhalten. Okay, ich bin dabei. Die fragliche Kreatur ist von einem Leuchten umgeben. Wähle das Scannerwerkzeug und passen auf ein Hauptwerkzeug mit dem Kuss. Und das ist hier. Ja. So. So. Hau an. Hau an! Hau an! Ja. Ist es schon. Nein. Noch nicht mehr. Rosa, das ist auch schon erstaunlich, jetzt kennen wir die Tiere, die wir in der Kreaturenphase kennengelernt haben, ausgezeichnet, ausgezeichnet, unsere Wissenschaftler sind ganz bedierig darauf, die Daten zu analysieren, was soll ich als nächstes tun? Schock, Sprecher, Not, deine Informationen durch das Kennen war wirklich wichtig, jetzt wissen wir, dass wir diese Spezies genau untersuchen müssen. Dein Schiff hat einen Einführungsstrahl, den du im Frachtmenü findest, sammle mit diesem Werkzeug ein Exemplar und bring es uns, ja, Entführungsstrahl, kennen wir ja, dieser Entführungsstrahl wird ja meistens, wird meistens genutzt, wenn sie um Kühe zu holen, von der Erde. Du hast anscheinend das richtige Exemplar gefunden. Du musst es in einer unserer Städte abladen. Wähle die abzusetzende Fracht, die Frachtmenü und lade die Stadt ab, achte darauf, dass du sie sanft auf die Oberfläche beamst, sonst musst du ein zweites Exemplar beschaffen. Wir müssen die Sauerei wegputzen. Also, wähle das Tier in deinem Frachtraum aus, wenn der Fest ist, wenn wir die Fest ist in einer einer Städte abzumachen. Ein Problem ist, dass wir jetzt bei den Schiff in den Schiff sind. Du hast ein Schiff in der Stadt, ihn dann saubt. So! Richtig gute Arbeit, Kadett. Du hast uns für unsere Forschung ein ausgezeichnetes Exemplar gebracht. Zwei untersuchen, eins entführen, sage ich immer. Was soll ich jetzt nächstes tun? Das ist unsere Ausbildung gerade. Das ist unsere Ausbildung gerade. Das von dir entspannt. Oh, es ist anscheinend krank und trägt ein Virus in sich, das sich mit alarmierender Geschwindigkeit ausbreiten kann. Es stellt eine Gefahr für unser gesamtes Ökosystem dar. Wir wollen die Angelegenheit mit Feingefühl erledigen. Darum haben wir unser Raumschiff mit einem praktischen Laserstrahl ausgerüstet. Mini-Laser ausgerüstet. Er ist so präzise, dass du damit infizierte Kreaturen eliminieren kannst, ohne ein gesundes Tier zu schaden. Aha, jetzt lernen wir die Wacht funktionieren. Vorsicht, worauf du den Strahl richtest. Der Levinaser richtet er kann Gebäude, Fahrzeuge und auch andere Raumschiffe zerstören. Geh jetzt, bevor die Infektion sich weiter ausbreitet. Was? Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, liebe Leute, sollen wir einen Schritt warten von hier vor, hinaus in den Weltraum. Und wir sehen zum ersten Mal unseren Planeten aus dem Weltall. Und siehe da, Barb hat einen wunderschönen Planetenring. Ich fliege auf einen anderen Planeten, um ihn zu fliegen. Und wir haben Gießsignale aus Gieß, also hier hinzu Gieß. Das ist ja gerade der Nachbarplanet, den wir schon öfters am Himmel gesehen haben. Sogar da, wo wir noch in der Kreaturenphase waren. Da ist das auf dem Schiefsradar. Oh oh! Es ist ein abgestürztes Raumschiff und es sendet ein seltsames Funksignal aus. Fliege dorthin und untersuche mit dem Scannerwerkzeug die Absturzstelle. Leute, erinnert ihr euch noch, wer es vielleicht gesehen hat, in der Kreaturenphase sind wir als Kreatur, wo wir noch ein Tier waren, genau auf so ein Raumschiff gestoßen. Abgestürztes Raumschiff. Blättert zurück, geht zu dem Video Kreaturenphase und schaut es euch an. Ich glaube, es ist das Video die Rache des epischen Wesens, der epischen Kreatur. Und auch in der Stammesphase sind uns Raumschiffe begegnet. Vielleicht sind die vom Gieß gekommen. Sieht aus wie eine uralte Zivilisation. Wir gucken mal rein. Ich bin ganz schön. 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 Das ist eine Schneide-Ausgleich. Das ist eine Schneide-Ausgleich. Es sieht aus wie ein Knaller ist. Ein bisschen mehr Eis und Schnee. Aber es sieht aus, wie wenn hier alles wieder gegangen ist. Wenn hier was gewesen. Da ist es. Irgendjemand hat versucht, etwas in den Sand zu schreiben. Oh. Das Gännenwein. Außerkehrtische. Aber keine Lebenszeichen. Sieht aus, als hätten sie vor ihrem Tod noch irgendeine Art verschlüsselte Landkarte gezeichnet. Moment. Das Frack hat einen Transportstrahl aktiviert. Mehrere Objekte werden an Bord geholt. Akten und ein interstellarer Antrieb, in den offenbar Sternenkoordinaten einprogrammiert sind. Der Schaden am Frack scheint von einem Kampf her zu rühren. Das Schiff sollte wahrscheinlich für einen anderen Planeten Hilfe holen. Aber hat es nicht geschafft. Oje. Das klingt traurig. Und auch irgendwo ein bisschen gruselig und geängstigend. Weil wer immer das war, ist vielleicht noch da. Okay. In die Galaxie ansicht. Also wir haben ja jetzt eine Art. Schaut euch dieses Panorama an. Schaut euch diese Sonne an. Das ist unsere Sonne. Unsere Zentralbestimmen. Alles. Klasse. Oh, ich liebe dieses Schiff. Also wir wechseln in die Galaxieansicht. Aber da haben wir jetzt eine Karte. Hier ist Barb. Das ist der Mond. Das ist Nies. Das ist ein Gasring, wo wir schon seit Millionen, Milliarden von den anderen Himmels sehen. Der interstellare Antrieb des Wracks antwortet auf ein Ortungssignal von einem Stern in der Nähe, der zu den Koordinaten im Speicher passt. Das muss ihr Heimatplanet sein. Vielleicht brauchen Sie immer noch Hilfe. Wir sind in einem anderen Sternensystem jetzt. Und zwar im Henna-System. Der Gasliseart, Adli, ein unbeanspruchter Planetoid-Buka. Und hier ist ein Planet Frankus. Und seht ihr, seht ihr dieses Pfoten-Symbol links von, von, ja nicht Frakus, Fra Nui. Das bedeutet, dass das ein Planet ist, wo Leben möglich ist. Ein Signal. Da ist was auf dem Schiffsradar. Leute, wir befinden uns jetzt auf einem Planeten, der in einem anderen Sternensystem ist. Oh je. Es sieht aus. Zu spät, diese Ruinen sind alles, was von der Heimatkolonie, der Außerirdischen, aus dem Wrack noch übrig ist. Ein Scan der Ruinen gibt uns vielleicht Hinweise darauf, was hier passiert ist. Von der Grundstruktur sieht es aus wie unsere Städte. Das ist irgendwie gruselig. Gut. Wir haben wieder eins getan. Wir haben wieder voll groß. Jetzt sind wir hinten dran. Ich dachte nur, ich schieße halt ein bisschen drauf. Der Scan hat nichts ergeben, aber eine Reaktion hat er trotzdem ausgelöst. Wir haben da irgendeine Aktivität auf dem Radarschirm. Boah, tja. Der Scanner muss die Verteidigungsanlage der Kolonie aktiviert haben. Diese Drohnen wirken nicht sehr freundlich. Moment. Da kommt ein Funksignal. Warnung, Eindringliche, der Krox entdeckt. Alle Krox-Eindringliche werden vernichtet. Krox. Nein, wir sind Baviale. Wir sind keine Krox. Initialisierer. Selbstverteidigungscode Krox 999. Alle Krox-Eindringliche werden vernichtet. Wir sind keine Krox. Warnung, alle Krox-Eindringliche werden vernichtet. Zum letzten Mal. Wir sind keine Krox. Das Bild ist ganz schön unscharf. Vielleicht kann man was erkennen, wenn man länger wartet. Boah. Ich glaube, wir haben es sollte mit dem ersten Start machen. Und dann angegriffen. Ich gehe mal in den Waffenmodus am besten. Das war genau. Wir haben sie vernichtet. Okay. Das war knapp. Das war knapp. Okay. Wir sollten die Situation ein bisschen ein bisschen es gibt anscheinend irgendeine aggressive Rasse, die sich Krox nennt. Und wir sind ja Lebewesen. Wir gehen mal in den Waffen. Wir scannen. Vögelchen von Maxis. Die sind aber niedlich. Wollen wir die holen? Oh. Ah, wir können den Entführungsstrahl nicht verwenden. Schade. Ah ja. Schade, schade. Also. Das ist echt ein richtig trauriger Anblick. Ja. Oh je. Oh je. Oh je. Ach, das ist nicht erschrocken. Ich habe gedacht, wir haben hier noch Feinde. Aber nichts mehr. Das sind die Vögelchen. Ja. Dann geben wir uns ein bisschen ausgeführt. Kehren auch die in der Heimat zurück. Ja, das ist eine gute Idee. Wir kehren nach Bafen zurück. Kehren wir zum Bekümmel. Mission ausgeführt. Wir wussten, dass wir nicht allein in der Galaxie sind. Spuren einer untergegangenen Zivilisation. Feindliche Sicherheitsdrohnen und die Crocs. Es ist offensichtlich, dass wir unsere Erforschung der Galaxie weiterführen und uns auf eine mögliche Feindseligkeit vorbereiten müssen. Dazu brauchen wir Kolonien als Operationsbasen. Unsere Wissenschaftler sind bereits dabei, einen interstellaren Antrieb weiterzuentwickeln. Außerdem haben wir für dein Raumschiff ein CT-Gerät entworfen. Es empfängt Signale anderer intelligenter Wesen in der Galaxie auf, wenn du die Sterne damit anvisierst. Kapitän oder Käpt'n, wir brauchen dich im Cockpit unseres Raumfahrtprogramms. Wir müssen uns erreichen, unseren Wohlstand vergrößern, indem wir auf anderen Planeten Kolonien errichten und Rohstoffe fördern. Wir haben einige Freiwillige dazu verpflichtet, mit dem unfassbar effektiven Kolonie- unfassbar Paket zu beginnen, zu arbeiten, dass wir auch deinem Kolonisierungs- Werkzeugkasten hinzugefügt haben. Unsere Astronomen haben das Himmelszelt beobachtet und einen bewohnbaren Planeten ausgemacht. Es heißt Hektus. Okay, gründet ihr eine Kolonie? Ausgezeichnet, eine Kolonie zu platzieren ist ganz einfach. Nach dem Flug zum Hektus wählst du das Kolonie- Werkzeug aus, das sich jetzt in deinem Kolonisierungs- Werkzeugkasten befindet und platzierst die Kolonie auf das Festland ab. Das Paket packt man dann und formt die Kolonie ein. Zusammenbau nötig. Wunderbar. Also Schrauben und Muttern müssen wir nicht zusammensortieren. Du solltest danach den Kontakt aufnehmen sicherstellen, dass die Bürger alles gut. dass die zusammengefalteten Bürger Bürger zum Zusammenfalten alles überstanden haben. Ich werde den in den Stich lassen. Willi wohl. Wir müssen erst Energie auftanken, oder? Wir haben fast keine Energie mehr. Wie tankt man Energie auf? Ei, ton flannende Energie auf. S 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 Oh. Ach, nein, nein. Na, dann blieben wir eben mal. Auf dem Planeten Hektus. Wo ist Hektus? Ah, Sternenkartenfilter helfen dir bei der Navigation in der Galaxie. Filter, mein Reich, zeigen alle Sterne zu deinem Reich gehören. Okidoki. Okidoki. Das ist eine Hektus für ihn. Ein Arm. Ein Arm. Ein Arm. Planeten in grünen Umlaufbahnen sind leichter zu terraformen und zu kolonisieren als Planeten mit roter, blauen Umlaufbahnen. Und grün steht ja für Leben. Wer ist Hektus? Boah, seht euch mal diese vielen Kometen an. Das ist wunderschön. Das wunderschöne Weltraum. So faszinierend. Ok, Hektus. Ok, der soll kolonisiert werden. Kolonien können auf jedem Planeten angelegt werden. Vom Karkomod bis zur blühenden Terrascore 3 Oase. Ertragreiche Kolonien fördern Gewürz, das gehandelt werden kann. Ok. Wir können jetzt einfach irgendwo... Ah, ok. In der Nähe von Gewürzgeißingen. Ah, wo ist das schönste Blätzchen? Wasser gibt es hier anscheinend. Aber er muss. Gehen wir daher. Und... Und... Ah, cool. Ha. Glück, wo die Steinreich ist gewachsen. Die Produktivität jeder Kolonie hängt von ihrer Größe ab. Und je wiederum wird vom Terrascore des Planeten begrenzt. Investiere erst ins Terraforming, gründe dann Kolonien und errichte Gebäude, um maximalen Gewinn zu erzielen. Was ist das für ein Haus? Schaut euch das mal an! Boah! Ja. Ja. Da kannst du nicht richtig... Ja. Das ist... Das ist... Ich glaube, die Gebäude müssen sich erst anpassen. Dann ging es so... ...fühleristischer Aussehen. Dann ging es so... ...fühleristischer Aussehen. Du hast Gewürze gesammelt. Gewürz ist ein wertvoller Handelsartikel. Sammle es bei jedem Besuch in deinen Kolonien oder auf deiner Heimatwelt ein. Wieder einmal ausgezeichnende Arbeit, Käpt'n! Eines Tages wird unser Reich die Galaxie beherrschen. Wir verlassen uns darauf, dass du die Kolonie regelmäßig besuchst, um das produzierte Gewürz abzuholen. Unsere Wissenschaftler sind damit beschäftigt, neue Technologien zu entwickeln, um den Terrascore von Planeten zu erhöhen. Eines Tages wird das auch unseren neuen Kolonieplaneten zugutekommen. Bis dahin müssen wir uns um eine dringende Angelegenheit kümmern. Bist du bereit, weiter zu machen? Ich bin bereit. Käpt'n, wir haben Signale aufgefangen, die vermutlich von einem anderen, hochentwickelten Wesen in der Galaxie stammen. Du musst mehr über sie herausfinden und den Erstkontakt herstellen. Benutze das SETI-Werkzeug an Bord deines Schiefes, um sie schneller zu finden. Wirst du diese bedeutende Mission übernehmen? Aber hallo, natürlich! Ein Kurzstreckenkommunikator ist mit einem Universaldolmetscher ausgerüstet, der die Kommunikation mit allen außerirdischen Rassen ermöglicht und denen du begegnest. Damit die Verbindung aufgebaut werden kann, musst du dich innerhalb ihres Sonnensystems bilden. Wir konnten den Ursprung dieser Übertragung nicht genau bestimmen. Du musst dich also ein wenig umsehen. Weil du im interstellaren Raum bist, fliege ich zu den Sternen, die auf dein SETI-Werkzeug mit Funkwellen und Audiosignalen reagiert haben. Das sind ziemlich sichere Hinweise. Woher weiß ich, wann ich zurückkommen soll? Der Weltraumflut führt zu abnützlichen Erscheinen bei einem Raumschiff. Kehre nach Hause zurück, wenn dein Raumschiff repariert und aufgeladen werden muss. Dabei kannst du gleich bei der Missionszentrale anfragen und weitere Aufträge im Rahmen des Weltraumprogramms. Okay, ich hab's kapiert. Wir warten auf deinen Bericht, sobald du Kontakt mit den Aliens aufgenommen hast. Viel Glück bei der Suche. Verstanden und tschüss. So, aber Kontakt mit Aliens nehmen wir erst das nächste Mal auf. Wir speichern jetzt mal. Und, ja, so, weil in den Aliens werden wir das nächste Mal Kontakt aufnehmen. Das wird in einem gesonderten Video oder Stream vonstatten gehen, weil es ist schon spät und der Käpt'n muss sich noch um ein paar andere Sachen kümmern. Und außerdem ist der Flug sehr weit. Das machen wir dann das nächste Mal. So. Hat der liebe Chat eigentlich irgendwelche Fragen noch? Wünsche oder Anregungen? Dann darf er sich gerne melden. Moment. Moment. Ach Quack. Hm. Ja. Dann darf er sich gerne melden. Ansonsten. Ähm. Ja. Ich lese gerade nichts mehr. Also, äh. Alle umschluss glücklich. So. Äh. Dann verabschiede ich mich für heute. Äh. Bei euch. Hat mich. Ja. Hat mich gefreut. Und, äh. Schreibt ihn auch in die Kommentare rein, ob ich nochmal im Wald spazieren gehen und, äh. äh. Für Slenderman, äh. Zettel einsammeln soll. Wenn ich ganz ehrlich bin, das hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht. Science Fiction macht mir ein bisschen mehr Spaß. Aber, wie auch immer, zwei Zettel sind besser als null Zettel. Und, äh. Eine Gewürz. Äh. Gewürzgeistiger Kolonie. Ach. Puh. Ne. Es wird schon langsam Zeit für die Haier. Für die Mupfel. Also, ich wünsche euch was. Noch einen schönen Abend. Eine schöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hm.